Wir sehen uns gemeinsam an, wie man in Microsoft Excel Aktienkurse abrufen kann. Dazu habe ich folgende Vorlage und zwar starten wir hier und zwar einen kurzen Überblick, wie in Microsoft Excel Aktienkurse abgerufen werden können. Und zwar ist in Microsoft Excel ein bestimmter Datentyp dazu angefertigt bzw. zur Auswahl zur Verfügung. Und zwar hier unter dem Bereich Daten gibt es den Datentyp Aktien. Und wie man hier bereits sehen kann, das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus, dass man beispielsweise in einer Spalte die dazugehörigen Firmennamen oder auch Ticker genannt und dann eine etliche Auswahl an verschiedenen Informationen zu diesen Unternehmen abrufen kann. Unter anderem der Preis, sprich der Aktienkurs selbst. Wenn wir uns das nun konkret ansehen, ist es wie gesagt notwendig, die entsprechenden Firmennamen oder auch Ticker genannt mit dem Datentyp Aktien auszuwählen. Wie hier beispielsweise die Nike. Diese muss zunächst einmal ausgewählt werden, damit ich dann entsprechend die Informationen erhalte. Es bedeutet auch, dass die Daten sehr regelmäßig zur Verfügung stehen. Und um diese regelmäßig zu aktualisieren, kann man ganz einfach hier im Bereich Daten auf den Menüpunkt alles aktualisieren, neu importieren. Nun starten wir los mit einer Anwendung von den Firmennamen zu den entsprechenden Informationen. Hier kann man bereits sehen, dass die Tickernamen vorgegeben sind und ich möchte nun entsprechend zu diesen Firmennamen die Aktienkurse erhalten. Voraussetzung ist, dass wir diese Firmennamen zunächst selektieren und auf diesen Datentyp Aktien umstellen. Wie man sehen kann, wird das von Microsoft Excel unmittelbar richtig interpretiert. Es kann beispielsweise vorkommen, dass ein Firmenname auch auf mehreren Börsen gelistet ist. Dann bietet Microsoft Excel die Möglichkeit an, diese zu einer bestimmten Börse auszuwählen, wenn, wie gesagt, diese öfters vorkommt. Diese Übung haben wir soweit abgeschlossen. Sehen wir uns die nächste Übung dazu an. Und zwar kann man nun, hier ist es bereits vorbereitet, nun, nachdem dieser Datentyp aktiviert wurde, hier gibt es ein extra Symbol, mit dem ich dann entsprechend die Informationen zu diesem Unternehmen auswählen kann. Beispielsweise beginnen wir mit dem Preis und ich kann aber auch zum Beispiel auch das KGV bereits mir anzeigen lassen. Es kann natürlich vorkommen, dass nicht alle Informationen zu den Firmen vorhanden sind, wie zum Beispiel hier bei der Boeing Company. Wir können uns auch die letzte Handelszeit als Informationen ausgeben lassen. Dazu wechsle ich hier im Menüpunkt auf den letzten Handelstag bzw. Handelszeit hier und habe diese nun entsprechend auch zur Verfügung. Eine weitere Übung ist zum Beispiel auch die Auswahl der einzelnen Informationen nicht nur über das Icon, sondern man kann auch ganz einfach mit einem ist gleich und dann entsprechend die Selektion auf den Firmennamen, welcher dieser Datentyp Aktien ausgewählt wurde, mit einem Punkt ebenfalls auswählen. Ich bestätige mit Enter und erhalte nun entsprechend nicht das 52 Wochenhoch, sondern den Börsenwert. Nun können wir auch noch, wie gesagt, das für vollständigen, indem wir hier nochmals das auswählen. Hier zum Beispiel wurde der Name verwendet, welches hier dann nicht als Aktie oder als Unternehmen erkannt wurde. Deshalb ist auch folgende Vorgehensweise möglich. Ich gehe in Schritt zu. Und zwar kann ich diese Tickerbeschreibungen und die Überschrift zunächst als Tabelle markieren. Wichtiger Zusatz, Haken bei Tabelle hat Überschrift und nun kann ich im Bereich der Daten auf Aktien auswählen und beispielsweise hier als Überschrift nur den Text Preis eingeben und es wird entsprechend automatisch zu jedem dieser Firmen der Preis angezeigt. Ich könnte auch zum Beispiel den Beta-Wert nicht nachträglich, sondern erneut hier angeben und es wird der Beta-Wert, sollte hier nicht Euro sein, das ist vermutlich vorformatiert, sondern als normale Ganzzahl sichtbar. Wie du siehst, kannst du mit dieser Vorgehensweise relativ einfach eine guten Aktienanalyse beziehungsweise auch Tracker bauen, um am aktuellsten Stand zu sein oder um sein Portfolio im Überblick zu behalten. Ich hoffe, ich konnte dir damit das Thema Aktienkurse in Microsoft Excel näher vorstellen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach ein Kommentar. Ich werde darauf antworten und versuchen, dir eine Lösung vorzubereiten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!